Digger, die sind so dumm für den Tester! Komm, wir spielen TTT Das tut meinen Gegnern weh! Wir spielen Trouble in Terrorist Town Ich wünsch euch ganz viel Spaß bei Mathe! Einen energiegeladenen guten Tag, liebe Freunde! Huuu, zwei Mal Part von TTT! Wir sind auf der Lego Map und es wird lustig! Echt? Haben wir? Ich stecke immer... Mit dem Zocker... Ach, mit dem Zocker... Ich stecke immer für die Trader! Ich bin Trader! Ich stecke immer für die Trader! Ich bin Trader! Ich wollte dir ins Gesicht schauen! Ich will dir ins Gesicht schauen! Ich finde dich so schön! Ich will dir ins Gesicht schauen! Hey, ich bin Trader, du darfst dich füllen! Ich bin Trader, du darfst dich füllen! Okay, Game Mastery ist... Game Mastery ist Inno-Send! Ah, steckt uns sogar Detective! Guck mal, ich wusste doch, dass du Inno willst! Wer ist jetzt Trader? Was? Ich bin Trader! Ah, gut! Wisst ihr was? Wisst ihr was? Was? Ich bin auch Inno! Hallo, ich bin auch Inno! Ich habe Musik angelegt! Steckdose ist Korn Traitor! Ja, keine Ahnung! Wir sind einer von... Korn, machen wir einen Test! Oh, Pizza, Mensch! Pizza fliegt! Oh, Pizza! Leute, warte mal! Pizza fliegt! Ui, Pizza! Der Korn war Traitor! Ähm... Und wer ist der zweite Traitor? Poli ist tot! Er wird durch die Explosion... Pizza! Riet zu Pizza! Oh, mehr auf mich! Oh, mehr auf mich auch! Hilfe! Ah, da hinten! Wer ist es? Oh, da hinten schießt wer, da hinten schießt wer! Ja, ja, wer ist es? Das ist Psycho! Da hinten steht einer! Saga Freak! Wo bist du? Ich bin ja auch awesome! Ich habe Angst! Hat er mich? Ich bin... Ich bin... Ich laufe gerade runter in den Keller, weil ich mich per... Weil ich mich versticken will! Ich glaube, Psycho ist es! Ich glaube, ich auch so ein bisschen... Glaubst du ja? Irgendeiner von uns sagt... Irgendeiner von uns sagt... Ich weiß bloß nicht wer es war! Ich sag'r Freak, du bist es nicht, also... Wo komm' ich denn hier in den Traitor? Ach so... Also Psycho ist es... Aber... Wo ist er? Ich sag' unten, ne? Im Traitor-Raum und wo kommt er raus? In einem Haus da hinten... Wo ist der Eingang? Verdammt! Der Eingang ist da! Wo du nicht bist! Uhuhuhu! Nein, keine Ahnung! Wo bist du Traitor? Nein, drück! Drück! Oh, guck mal! Ich bin ein Genie! Ich kann euch nicht konzentrieren, wenn wir... Hey, wenn ich jetzt recht schreie, ist es... Ihr seid da unten! Einfach alles aktivieren! Ja! Hey, komm, hey! Komm runter! Oh, ist hier oben! Oh, was passiert, wenn ich hier drücke? Oh, das Licht geht aus! Das ist ungünstig! Ah, ihr habt Angst vor Dunkeln, Mama! Aber wo, ich bin ja oben! Also ich bin... Ich hab gar keine Angst vor Dunkeln, weil es ja... Ich bin ja oben! Mein Licht ist aus, wir gehen nach Haus... Rapimmel, Rapammel! Rapimmel! Das singen kleine Kinder gerne! Pass auf, hier sind ja irgendwo diese... Diese... Diese Hardcore-Zombies ja, ja! Die Aliens hier! Macht mir nichts, ich bin ein Zombie-Hunter! Okay, du bist... Du bist... Der Ripley, oder? Bist du Alice aus Resident Evil? Ich bin Alice im Wunderland! Du bist Rippley aus Alien? Du... Ich muss auch sagen, im Real-Life siehst du ja auch aus... Ich erne uns! Ich weiß, wie Poli... Besser als die Kreis mit zwei Löchern! Was? Sieht auch so aus! Fick dich! Mach ich gerne! Hahahaha! 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 Komm, gehen wir doch mal zurück! Ich glaub wir bleiben hier unten, ne? Hahahaha! Immer jetzt hier oben! Hinten ist einer! Ja! Ja! Das war sehr zielführend, oder? Hahahaha! 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 Also auf jeden Fall nicht von Steckdose! Abonniert mich! Hat auch keiner gesagt! So! Ne, bei mir hat er gesagt... Ich mein's so, ist der Traitor und er so... Ja, teste doch mal! Hey, wir sollten aber öfters mal in den dunklen Katakomben von Paris rumlaufen! Nein! Ja, testen, indem wir ihn einfach ohne Grund mal eben so umbringen! Geiler Test! Ganz geiler Test! Ganz geiler Test! Ganz geiler Test! Ganz, sehr geiler Test! Oh! Oh! Toll! Ganz toll! Hey, ich bin Detective! Ich bin Detective! Alle zum Tester! Ich hab einen Hoodie-Stacks bekommen! Geil zu den Tester! Geil den Tester! Ne, du musst da reingehen! In den Tester-Raum! Achso! Achso! Die! Hä, nein, muss ich nicht! Mal eben kurz Poly testen! Äh, komm! Hahahaha! 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 Warte mal! Der ist DT! Der ist T! Der ist T! Der ist T! Der ist T getötet! Hahahaha! Warte, 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 warte! Der ist T! 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 Das hat alle irgendwie gespielt! Du hast doch gerade den letzten noch getötet! Nee! Weil der 18-T! Ich schossen hat! Ja, der ist jetzt auch gesagt! War der, der auf einen Dieter hat! Es hat sich beben lassen! Und der andere hat sich gerade die ganze Zeit auf jemandem geschossen! Ich habe auf einen geschossen, weil derjenige jemanden getötet hat! Aha! h begleiten die tüche die erste weil die aber ein spieler stimmt es ist das schilder spiel ist nicht wer hat gesagt jungen ist das gleiche Tor aber ich bin sicher noch vier der Psycho-Leveler glaube ich grüßchen die besagte er diese Psycho-Leveler oder sagt jetzt wird es hier so ein bisschen zu realisieren das ist ein Tor ist gerade runtergelaufen er könnte in den Twitterraum gerade gehen und du bist hinterher ja wahrscheinlich wahrscheinlich aber auch nicht ich sehe dich doch und hab ich gesehen ich bin irgendwie die Pizzeria oder sowas ja Pizzeria ich mein Pizza ich lade mich auf ne Pizza ein Fanta 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 hier so wie du ne Werbe kennt die die nein aber ich bin froh dass ich sie nicht kenne hallo hast du grad die Leichte vom Trader gesucht um die Zuwiderzubeleben nein nein natürlich nicht warte mal wie kommst du denn auch auf die Idee nein Brody will etwas Autofahren oh du hast du nie gespielt danke das ist richtig guck mal er spielt nach hier obwohl er hier steht er ist ein richtiger Profi für du siehst also Psycho Psycho Trickser geh Tester rein das macht kein nix der Tester ist kein Tester das zeigt bei jedem Grüner ja 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 genau dann auch du dich kennst wenn du möchtest Jakob geh rein test me grün fertig gut grün dabei bin ich Trader nein man Spaß aber trotzdem zeigt sich die sag ich geh rein grün wie sag ich irgendwie von einigen wie sagt das wird grün angezeigt aber man braucht Pizza ah du willst da heute nicht reingehen was soll das ja nicht ich würde weg sein nicht bei der Aussage was meinst du auf Psycho denkt dass ich ihn verarschen würde du gehst jetzt auch in den Trader Tester ich hab auch voll krass wenn die jetzt sagen würde ja das ist immer so er wirft er wirft den Pressworker laut um mich also Psycho Trickser ist es Psycho Trickser ist es Psycho Trickser ist es Psycho Trickser ist es oder wo Korn hat Poli gekillt und Korn wurde von Zockerfreak nämlich angekillt ne ne stimmt nicht komm her einer hat auf den Dete geschossen den hab ich dann getötet und dann ist der T gestorben ich weiß aber auch nicht genau wie so einer hatte den Dete glaub ich getötet und hab den Dete angeschossen und da wollte ich den Dete verteidigen und da hab ich glaube ich den Inno getötet so ich glaub du für dichs gerade geschützt dann hast du eigentlich den Dete getötet wir sind nur noch zu dritt wir sind nur noch zu dritt und ich bin Inno warum hast du den eingetötet weil der auf mich geschossen hat und ich war gerade beschäftigt dicker die sind so dumm für den Tester nein ein Torben die Torben erzählen ist auch ziemlich der Stimmen und der Logen glaube ich du spielst das Klavier deswegen trägt auch gleich und ich kann die Leiche weg ja ich bin alle Leichen weg ich bin Leichten weg Leichtgeschänder hier ist meine Visitenkarte hey du du arbeitest in einer Bar du bist der Kassierer es bringt viel für dich die letzten beiden überlebenden außer mir aus Verdächtigkeit bringt viel ich könnte gegnern kämpfen ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich werde verlieren und der ist und obwohl was du schildern ist ehrlich ich kann nicht gehen ich will nicht gemacht dass wenn ich einfach schon ja doch hat er wurde gerade jemand getötet nicht interessant ich traue ihm einfach aber ich kenne es nicht so gut wie ihn also ich glaube ich habe den gegen die richtigen jobs ist voll im rede traum schon so viel ich rede ja allgemeine eben seine geschichte klang so krass ja ich glaube das war so an die wahl das war doch anders ich glaube das war so ich habe ich war dann haben die geschossen habe ich dass sie den falschen getötet ihr kann ja sein aber es hat sie nicht so angehört nein 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 ich meine die rote ist eh bald vorbei ne zweieinhalb minuten wir müssen ja bald umgehen ja natürlich wenn du sobald die poli wiederbeleben würde ich töten die poli noch auf dem auto nein aber er ist der arbeit in meiner äh wie heißt es pizzeria und du bestellst was du polis die kassierer aber ich glaube ich glaube der schlägst du den puppen spiel ich würde mal langsam vorbei sein was denn da los zweieinhalb minuten over time ist doch langsam und leute sind tot aber die over time läuft schon ein bisschen naja ist gleich vorbei geht auch weg von seinem spot wo er die ganze zeit rum stand ja aber ich will jetzt nicht mehr leise sein wenn man nicht mehr angst machten äh geh zu mir schlägt zu sein hä warum bin ich auf einmal wiederbelebt wieso wiederbelebt hä wieso wieso machst du als traitor dein innocent wieder hä warum wurde ich wiederbelebt ich liebe dich das war eine schöne runde ich weiß ich wollte einfach nur ein bisschen spaß haben Leute warum wurde ich wieder hey und wirst du wirklich nicht wie Tester geht oder war das spaß von euch da geht nicht alles in grün immer nein ihr müsst in die scheißhäuschen gehen und nicht da unterstehen bleiben aber komm ich dachte du hättest mich getötet weil ich direkt direkt instant davor Dings weggemacht habe zockerfreak nein du musst da reingehen und dann drücken dann hast du zockerfreak weggemacht und dann geh mal rein das ist grün, du hättest nicht auf mich schießen sollen ja aber immer mal grün warte was hattest du überhaupt für ne Wache ey jetzt gehst du mal rein D3 äh ja geh du mal rein D3 G3 SG1 ist das vielleicht bei dem blauen nein die falsche so auch die falsche Korn auch die falsche bitte ah besser wäre was wenn du so auch so bittig ich bin ne so der Nächste bitte ich komme die Idee die nächste Biete was da hinten was da hinten nimm die Eltern ich komme aber steckdose du bist inno also weiß auch dass ich noch so schnell ich bin ich bin Anna ist im Traitorraum wach 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 da da ist oben Alter da kommt ein Flugzeug von oben ich wollte mich gerade auf den Healy stellen er ist an einem Traitorraum er ist an einem Traitorraum scheiße wer ist denn das ich wollte mich gerade auf den Healy stellen hätte ich noch ein paar Sekunden ja ja Polis inno Frenze schau mal jemand nach da unten und suche den Korn Korn warst du schon da drin ne ne geh nochmal rein ja ich war schon da drin kann man da reingehen ach quatsche geht das hier ist ja der T-Raum ja nein du musst jetzt reingehen achso das ist der Traitorraum drin bleiben ja dann warten wir bis ihr dann rauskommt warte warten ok komm trau dich ich ist weiter mal lecker Knobelbrei war Colin schon mal drin ja ja ich war am Anfang schon steckdose geh du noch mal rein ich kann auch noch mal rein gehen ne da steht dass er inno ist der ich bin Traitor steckdose steckdose streitop ok oh ich werde er geschossen wenn er geschossen ich habe doch erst erlebt aber von wo herrlich da oben wird geschossen irgendwo äh bestimmt Psycho das ist wahrscheinlich echt Psycho darf es sein der hat guck mal sein Name schon zu golden ich bin umschutz da ist der Hubschrober auch abgestürzt dann ist es mir du hallo 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 sagen mir zu viele Leute hallo irgendwie das Psycho hallo ey nein Psycho ist das nein 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 so ich bin Proven ich bin Proven naja ok ich denke der andere ist Zockerfreak warum hast du noch ich habe ein Trader oder ich bin Zockerfreak wo ist ein Zockerfreak wo ist ein Zockerfreak von offizieller Seite ne Poli fang mich was was warum was warum machst du das was steckdose an der Fahrzeuge ich habe ihn nicht getötet er hat auf den selbst gebohrt achso wo ist ein Zockerfreak oh das ist Korn ey ich wurde halt angeschossen es geht schon wieder los warte 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 noch kann ich widerstehen geht er weg da ist er schüssig net Poli Factor ja ich bin da weg ich musste nur kurz eine Frage bei Steam annehmen oh aha von anderen deiner Fans ja Miju ist mein Fan Thor hat mir die Anfrage geschickt Morpoli ich habe schon fast gedacht du bist Zockerfree ja das ich hatte schon einen linken ne rechten weißt du ich wurde ich wurde nämlich in dem Moment wo Korn vor mir auf angeschossen was die überhaupt mit Bendy Fakes also mit Bendy Fakes kommt die überhaupt nochmal Korn komm mit Korn ich brauch Rücken-Deckung ah alles klar Korn ist die sich an die Rücken das ist ein Korn von der Wünsche ich hab mir aber läuft schon ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin dann würde ich dich töten Korn oder was ja hast du schon mich richtig gehört ich habe gar nicht zugehört Geil wie der Hubschrauber hier runterbackt das ist nach der Käse nein der backt Kuchen Sackgasse 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 hey Tom bist du nicht gut? ich bin tot ich bin Geist ja genau Tom oh alter Puli komm mal ey komm mal voran hier war ich auch schon geil alles gute ist oh Suckerfreak ja da Suckerfreak bist du da unten? nö ich bin da oben nö ich bin da oben mit der Glock glaube ich hab ich den gegeben? ja ich hatte noch ein Leben wow wow die Umsetzung war eher scheiße bei mir alter Mio wieso warst du schnell tot? ja wie gesagt mein Plan war gar nicht schlecht aber die Umsetzung hast du ein bisschen gehapert boah ich hab 10 Punkte die Hunde bekommen hast du auch psychisch oder plötzlich um die Ecke gekommen? aber ich hab Marco angehittet aber irgendwie hm ja eben ich hab mit der Silent Scout über die halbe Map geschossen aber irgendwie dauert das Nachladen bei der ähm bei der Silent Scouts 20 Sekunden oder so richtig heftig man voll übertrieben Mio well fl І tay Bis zum nächsten Mal.